Ja, liebe Abonnenten und World of Tanks-Gucker, es ist wieder soweit. Wir wollen wieder ein Event starten, und zwar mit dem Namen Tanks vs. Zombies. Ja, wir dachten, immer das Gleiche ist ja langweilig. Die Wächterspiele kommen sicherlich mal wieder, aber nicht im nächsten Event. Im nächsten Event spielen wir Tanks vs. Zombies. Und wie ihr wisst, gibt es jetzt seit welchem Update die... Wann wurde die Physik-Engine ganz umgekrempelt? Ich glaube, mit der 8. Serie kam das. Ja, mit der 8. Serie irgendwann wurden ja so Sachen wie Rammschäden und etc. eingeführt. Das wird entweder geliebt oder gehasst, aber wir denken, wir machen aus der Not eine Tugend. Und nutzen eben diesen physikalischen Effekt für Tanks vs. Zombies. Bevor wir dann gleich die Regeln erklären, dachte ich, fangen wir mit den Formalia an. Beim letzten Mal konnten ja leider nur zwei Leute. Es wollten mehr mitmachen, die konnten leider nicht. Wer war das? War das Starkiller, der nicht konnte? Der Jens Klaus. Der Jens Klaus war es, der nicht konnte. Starkiller war dabei. Der war dabei, stimmt. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen eine Doodle-Umfrage. Der Link kommt dann nach unten in die Beschreibung. Da tragt ihr euch einfach ein und macht dann einen Punkt dahin, wo ihr glaubt, am besten spielen zu können. Wo ihr am meisten Zeit habt. Ihr könnt auch mehrere Punkte da antippen. Wir haben euch fünf Termine genannt und dann macht einfach einen Punkt hin. Das heißt, wenn ihr an allen könnt, wenn ich unterbrechen darf, dann auch alle eintragen. Es geht einfach darum, zu sehen, wo die meisten können. Und da wäre dann der Termin hinfallen. Ja. Und wenn ihr nicht wollt, dass es öffentlich zu sehen ist, dass ihr so viel Zeit habt in der Woche und keine Freunde habt, keine Angst. Es läuft anonym. Nur wir können das Ergebnis letzten Endes sehen. Das heißt, ihr tragt euch einfach links in der Spalte mit eurem Namen ein. Oder euer Nickname ist auch okay. Und dann eben in den anderen Spalten, wann ihr könnt. Und dann verkünden wir in... Was sagen wir? Ich muss mal schnell gucken. Weil der erste Termin, der ist... Sonst sage ich groß was und dann... Ja, halt, sagen wir mal, spätestens zwei Tage vorher, vor dem ersten Termin, spätestens da verkünden wir es. Ja, also der erste, früheste Termin wäre der siebzehnte. Da verkünden wir es. Also, ja, dann könnt ihr genau, dann könnt ihr bis zum fünfzehnten... Könnt ihr dann abstimmen, sagen wir mal so. Genau. Ja. Gut. Und ihr braucht für die Tanks vs. Zombie-Runde zwei Panzer. Es gibt einmal die Tanks, die dürfen Stufe 6 bis Stufe 10 sein. Und es gibt einmal die Zombies, die müssen Stufe 1 bis 4 sein. Ziel des Ganzen ist, dass die Tanks, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, die Zombies zu Tode rammen. Es ist striktestens verboten, zu schießen. Am besten lasst ihr einfach eure Munition zu Hause, denn ich habe das schon mal gespielt. Ich bin mal zufällig in so ein Custom-Game reingeraten. Fragt mich nicht, wie ich da reingeraten bin. Und wenn man dann hinter einem Panzer herfährt, der einfach so verdammt schnell ist und man kommt nicht dran, dann irgendwann, irgendwann kommt man dann immer in Versuchung, doch mal vielleicht auf die Kette zu schießen. Und das versaut das ganze Spielprinzip. Also deswegen ganz groß, ganz wichtig, die große Bitte, lasst einfach eure Munition zu Hause. So, also wie gesagt, wir haben dann zwei Teams. Auf der einen Seite haben wir die Tanks. Da dürft ihr ein, es muss, es sollte, es muss, anders geht es gar nicht, ein schneller, hochstufiger Panzer sein ab Tier 6. Was meint ihr Jungs, was kann man da als Beispiel nennen, was eignet sich? Da steht zufällig ein Leopard-Prototyp hier so rum. Leopard-Prototyp, danke. Danke, der hat zum Beispiel, oder eine E-50, die E-50, ich werde wahrscheinlich mit einem Arm X antreten. Und genauso gibt es halt auch auf die kleine ein paar prädestinierte Panzer von 1 bis 4, zum Beispiel den BT-7 der Russen, den Panzer 1C der Deutschen, ja oder? Ja, irgendein Panzer halt, ja. Den T-50 von den Russen zum Beispiel. Ja, also Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, das ist das Allerwichtigste. Und Wendigkeit halt natürlich auch. Wendigkeit könnt ihr auch immer gut brauchen, ja. Es geht eben darum, dass die Tanks die Zombies zerstören und die Zombies möglichst lange überleben und ausweichen. Ja, deswegen ist es auch die Bitte, wenn ihr euch dann anmeldet für, oder keine Anmeldung, sondern sagt, welches Datum euch am liebsten wäre, macht bitte, wenn ihr einen hochstufigen, schnellen Panzer habt, ein T in der Klammer hinter eurem Namen. Genau. Denn je mehr hochstufige Panzer haben, desto mehr Runden können wir spielen, da wir Teams bilden. Es werden voraussichtlich, weil ich so, meistens ja nicht so viele können, zweier Teams sein. Also zwei Tanks immer gegen den ganzen Rest, die dann Zombies sind. Und dann gibt es eben Punkte zu sammeln. Lasst mich mal schnell... Süße, süße Punkte. Süße Punkte, ja. Ja, als Beispiel nochmal, während ihr... Danke, ich muss kurz mein Skript durchsehen, ja. Ja, ja, genau. Also als Beispiel, wenn ihr euch dann die Dudel-Anfrage, die in der Beschreibung ist, dann drauf geht, wie gesagt, die Termine eintragen, die ihr könnt. Wenn ihr alle könnt, wunderbar, dann tragt auch einfach alle ein. Wenn ihr euren Namen hinschreibt, zum Beispiel, wenn jetzt ich das wäre, dann würde ich halt reinschreiben Ray. Und in Klammer würde ich dann halt reinschreiben T. Ob das ein kleines oder ein großes T, ist es egal. Und somit bestätige ich halt, dass ich einen schnellen, großen Panzer habe. Ich kann nicht, glaube ich, damit protzen. Ich habe einen Leo Prototyp, ich habe einen Leo 1, ich glaube einen E-25, könnte man da auch noch dazu nehmen. Also wenn ihr halt einen größeren Panzer ab Stufe 6 habt. Kleine, schnelle Panzer wird jeder irgendwie haben. Die sind ja auch relativ schnell zu erspielen. Ja, das war es eigentlich, wie gesagt, von Tier 1 bis 4, die kleinen, von die großen, von Tier 6 bis 10, Tier 5 gibt es gar nicht. Choffi gibt es nicht. Choffi gibt es nicht, nein, den wollen wir nicht. Gut, zur Punkteverteilung. Also, ihr könnt großmassig Punkte sammeln als Tanks. Das heißt, es ist eure Hauptrunde zum Punkte sammeln. Denn ihr bekommt durch jeden Panzer, den ihr durch Rahmen zerstört, einen ganzen Punkt. Zusätzlich gibt es extra Punkte für jede volle Minute, die noch übrig ist, nachdem alle Panzer zerstört sind. Aber, auch die Zombies können Punkte sammeln. Und zwar gibt es für jeden überlebenden Teamkameraden drei Punkte. Okay, das heißt, wenn man sich gegenseitig irgendwie hilft, was schwierig wird, aber... Ja. Für jeden überlebenden Teamkameraden gibt es drei Punkte. Ja. Also der Fallgesetzte ist überleben drei Panzer. Ja. Kriegt jeder... Wie viele Punkte? Wenn die in einem... Also, du musst ja überlegen. Es geht ja grundsätzlich davon aus, dass es Zweierteams gibt. Okay. Und davon gibt es also maximal sechs Punkte, wenn das ganze Team überlebt. Ja, richtig. Also auch die Zombies sind Zweierteams. Ja, ganz genau. Okay, okay. Solltet ihr es sogar schaffen, einen Tank zu zerstören als Zombie, gibt es ganze sechs Punkte für das Team extra. Das klappt aber eigentlich nur mit einem eigenen Selbstmord. Also müsste man da mal ein bisschen rechnen, ob sich das wirklich lohnt. Oh, ja. Vor allem kann man ja davon ausgehen, wenn da jetzt so, wie ich jetzt hier mit dem Leo-Prototyp zum Beispiel komme, ja, der hat schon relativ viele Hitpoints mit 1600. Ich glaube, nur durch Ram den zu zerstören, wäre es schwierig für die Kleinen. Ja, das ist sehr schwer und wenn man dagegen fährt, also eher explodiert man selbst als der andere. Aber wir wollen es offen halten für die Wagemutigen, für die, äh, Dummen, hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht findet ja einer irgendein Einbauteil, was hier irgendwie Selbstmordgürtel oder sowas gibt. Eigentlich gibt es das ja, wissen wir ja noch nicht. Für die Dummen. Ja, naja. So, ja. Um das anschaulich zu machen, würde ich sagen, gehen wir mal ein Übungsgefecht, oder? Können wir gleich machen. Eins noch. Ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt an dem Event teilnehmen, habt aber keinen hochrangigen Tank, ähm, Mushroom, ähm, zum Beispiel, ähm, könnt ihr euch trotzdem anmelden. Ähm, wir werden natürlich bevorzugt diejenigen nehmen, die auch einen hochstufigen Tank haben, dass wir genügend Teams zusammen bekommen. Wenn aber dann noch Plätze übrig sind, dann könnt ihr einfach so mitmachen. Es macht irre viel Spaß, einfach so mitzufahren, ähm, und versuchen auszuweichen. Und wenn dann genügend, äh, zusammenkommen, die nur Zombies sind, dann überlegen wir uns, ob wir noch eine extra, ähm, Zombie-Wertung einführen, die dann unabhängig von den anderen auch noch läuft. Genau. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, wie gesagt, macht euch da keine Gedanken. Hauptsächlich wichtig ist, wenn ihr euch eintragt, eben halt, dass ihr einen T in die Klammer macht. Falls ihr einen großen Tank habt, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, also großen Tank nicht einfach nur verstehen, dass es ein hochstufiger ist. Es sollte ein schneller sein. Ähm, ihr müsst, ihr müsst genügend Power im Motor haben, um die kleineren Panzer verfolgen zu können. Ja, ich glaube, die Maus hat genug PS, aber sie ist trotzdem nicht schnell. Also, man darf das auch nicht so überschätzen. Wo ich das gespielt hatte, der, ähm, der Leader vom Übungsgefecht hatte einen T25-2. Und der ging ordentlich damit ab. Also, es müssen nicht wirklich nur die Allerhöchsten sein, wie eben der Leopard oder sonst einer. Es geht auch einfach, wenn er ein bisschen fixer ist. Also, ja, den, die Maus soll's jetzt nicht sein. Dann, lustigerweise war aber da auch einer dabei, der hat eine Atti genommen und trotzdem Kills gemacht. Ich hab keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Okay. Ja, siehst du mal. Also, alles möglich, neue Bedingungen hier in World of Tanks. Und wir machen jetzt einen Übungsraum, um euch das einfach mal zu zeigen, in einer kleinen Version. Wie lange geht denn so ein Gefecht? Ja, das entscheiden wir dann, wie viele Leute mitmachen. In dem unwahrscheinlichen Fall, sagen wir mal, dass, ähm, 17 Leute mitmachen. Dann haben wir ja zwei Tanks und 15 Zombies in der Runde. Dann müssen wir es natürlich länger machen. Okay. Und jetzt in diesem Fall 10 Minuten. 10 Minuten reichen vollkommen. 10 Minuten erstellen, nur mit Einladung. Dann lade ich euch mal ein. So, der Starkiller nicht. Der weiß nämlich nicht, was wir hier treiben. Der darf dann mitspielen, wenn's soweit ist. Geheim. So. Kommen da noch die Leute schon? Ich hab jetzt auch nochmal Ensk genommen, weil ich glaub, kleinere Maps sind irgendwie besser. Gehe ich da richtig? Ja, ähm, ja, die können sich halt nicht so weit verstecken. Ensk ist zwar von der Größe gut, aber es kann auch ein bisschen wegen der Verschachtelung doof sein. Ja, dann zeig mir eine andere Map. Nein, nein, ist gut, wir lassen das. Also, machen wir das einfach so. Ansonsten, was auch immer gut ist, sind offene Maps, ganz ohne Städte. Die sind zwar meistens größer, aber dann können sich die wenigstens nicht so gut verstecken. Okay. Ja, gut, dann spielen wir mal. Ich muss euch jetzt einfach rammen. Wie gesagt, schießen ist für beide nicht erlaubt. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel Spaß es tatsächlich macht. Tja, Splitter-Schutzbeschichtung ist natürlich hier auch ein gutes Stichwort. Also, ich glaub, die würde sich hier auch ein bisschen dann lohnen. Die würde sich hier lohnen, ja. Es ist auch erlaubt, den Hut anzulassen. Es ist auch erlaubt, dem Tank, wenn man tot ist, zu sagen, wo die anderen sich verstecken. Denn es soll wirklich darum gehen, dass ihr mit Schmackes über die Strecke fahrt und nicht euch einfach in irgendeinem Hauseingang versteckt. Okay, das heißt, das Spoilern ist voll erlaubt. Ja. Das heißt, Mushroom, komm, sag mal Bescheid, wo die anderen sind. Dann verschone ich dich. Nein. Du glaubst ja selber nicht, dass du ihn verschonen würdest. So. Bewegung! Zombies! Wenn sie sterben! Ja. Wie ihr seht, wir haben jetzt einen BT-7, einen Panzer-3a und einen BT-2. Den Panzer-3a, Fabian, ist das dein Ernst? Er ist jetzt nicht gerade... Ja, ich durfte meine E-50 nicht nehmen, um die andere Rolle zu spielen. Dann muss ich halt den schnellsten Panzer der Stufe nehmen, den ich besitze. Lame nennt man sowas. Ja. Also, ich hab zum Beispiel den BT-7. Das ist ein klasse Panzer-Fiedespiel. Den hab ich damit auch gespielt. Der ist ziemlich fix. Ist auch ziemlich wendig und ist als Tier-3, den kann man sich sogar mit freier Erfahrung locker holen. Das ist kein Problem. Oh, shit. Oh, großer Fehler. Ah! Ja, einnehmen dürft ihr aber nicht, oder? Ja, genau, das meinte ich im großen Fehler. Ich wollte da gar nicht durchfahren, bis weißt du, wo ich bin. Nee, natürlich, einnehmen ist nicht erlaubt. Das wird genauso hart bestraft wie abschießen. Okay. Nämlich mit minus 10 Punkten, oder wie? Ja, das muss ich noch gucken. Das mach ich willkürlich. Oh, shit. Ah, nicht da. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, shit. Das macht tatsächlich Spaß. Ja. Oh, shit. Ich hab gedacht, ich komm da noch rum. Ja, äh, macht das Spaß. Also, ihr seht, der Dreck sagt, es hockt ja ganz weit hinten da, weißt? Verrat dich doch nicht. Alter, ich verrate dich mal ganz klar. Du bist bei K2, K2. Ja. Und du bist bei B2. Würde ich nicht. Aber ganz klar. Er lügt doch nicht. Fuck, er lügt. Und er ist bei C1. Er lügt. Und bei D1. Lüge. Absolute Lüge. Und D1. Ja, und ihr dürft auch nicht wirklich unterschätzen, also, ähm, wir fahren ja mit maximal Vierer. Wenn ihr dann einen Sechser habt, einen schneller. Ich hab zum Beispiel auch zwischendurch dann mal mit der Hellcat gespielt. Da fährt er gerade vorbei. Die ist, die ist nicht so wendig, aber auch ziemlich fix. Ähm, das macht schon ordentlich Schaden. Man nimmt selbst nicht keinen großen Schaden dabei. Also, auch wenn ihr einen schnellen Sechser habt, ähm, reicht es vollkommen, um ordentlich spielen zu können. Also, eine Hellcat ist ja auf jeden Fall okay. Ja. Also, die ist ein bisschen schwer, schwer zu handeln, weil sie natürlich als Panzerzerstörer nicht so wendig ist. Von der Geschwindigkeit passt's. Aber auf so engeren Maps wie diesen hier hat sie halt klare Nachteile. Fabi, verpiss dich! Ich mach doch nix. Fabi, hau ab, ey! Ich mach doch nix, aber er ist hinter mir her. Und ich muss mir abhauen. Und ich bin schneller wie du, das heißt, er frisst mich und ich mich. Krassisch, ich seh euch nicht mal. Sehen wir mal die kleinen Panzer, was für gute Ternwerte die haben. Ja. Fabi, leck mich, Mann! Also, jetzt im Moment fahren sie am Startpunkt rum, beim Einnahmepunkt und fahren jetzt auf die offene Wiese, wenn du mal da hin willst. Besonders, also interessant wird es natürlich jetzt noch, wenn der Teamkamerad mitfährt, weil es natürlich dann öfters zu Klammersituationen kommt, die gefährlich werden können. Wir überlegen uns sogar noch, wenn ihr jetzt sagt, wow, das ist ein geiles Spiel und es melden sich so viele an, auch größere Tanks-Teams zu machen, das warten wir einfach mal ab. So. Ihr kleinen hässlichen Zombies. Dass es halt in diesem Spiel eigentlich nur ein Tank gibt, das ist auch ein bisschen schwieriger, uns zu kriegen. Mit zwei kann man natürlich die Wege abschneiden. Richtig, da kann man sich dann anders, da muss man sich natürlich dann absprechen. Wie ist das dann mit den Teams? Hast du dir auch gedacht, wenn die zufällig bestimmen? Oh, fuck, fuck, fuck! Ja, nee, das werden wir schauen. Ganz einfach, wenn die Leute dann in der Lobby sind und uns zeigen, was für einen großen Panzer sie haben, dann machen wir das natürlich dementsprechend. Also wird es auch so sein, dass wir mit Abonnenten zusammen oder bleiben die Pixelhelden hier zusammen? Nee, nicht unbedingt würde ich sagen, dass wir zusammenbleiben. Wir machen das wirklich so, was für Panzer zur Verfügung stehen, denn... Er zieht mir die Kette ab! Wenn jetzt hier zwei Memeleopard PTA in einem Team sind, die haben halt schon ziemlich Power. und andere zwei hätten nur zwei Sechser, das ist natürlich dann nicht fair, das passen wir dann an. Dass wir möglichst faire Teams haben. Ja, gucken wir mal. Wie gesagt, wir werden das alles natürlich wieder aufnehmen. Ja, und dementsprechend dann wird das ja auch alles im Kanal nachträglich wieder zu sehen sein. Und wie gesagt, viele haben das Event das erste richtig gut gefallen, auch nachträglich anzuschauen. Und, ähm, ich bin mir mal sicher, dass ihr auch euren Spaß haben werdet. So, jetzt haben wir Halbzeit, man glaubt sich, trotzdem habe ich schon zwei gekriegt. Ja, ja, das geht echt schnell. Und vor allem, wenn wir jetzt noch... Also, wir sind immer optimistisch und sagen, man, es sind dann noch... In der Null Reihe. Nochmal drei, sechs, sechs dazu, dass da neun sind und zwei Tanks. Und dann ist das schon ein ziemliches Gewusel auf der Welt. Boah, ho, ho, ho! Boah, 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 boah! seeing of parler Ja, sorry, aber so wendig ist der Prototyp dann doch nicht. Also ich werde auf jeden Fall, und wie kann ich fürs besprechen... ...meinen Leo-Part 1 vorbereiten für dieses Event. Oh shit... Ja, das hat nichts auditiviert. tsa! Aber wir brauchst Du das Gas geben, mein Freund. Oh Gott! Das ist gut! Aber jetzt, ich will dich ein bisschen unruhigen, er holt auf! Mami, jetzt, schneller! Los, Pavel, los! Aber das war nicht gut, da bin ich auch lang gefahren, bin ich gestoppt. Das war ne blöde Idee. Ah, der kann jedes Haus umfahren. Nein, 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 nein! Junge das, was? Alter wie viel Scheibe so, ein kleiner Schubser schon macht er. Brutal, oder? Oh Gott! Hau ab! Oh mein Gott! Favi! Jetzt müsst ihr eine Lücke finden, wo nur du reinkalist. Jetzt weint er meinen Namen, und vorhin verratet er mich. Und ihr seht, das ist jetzt die Situation, wenn man jetzt Munition geladen hat und hinterher fährt, irgendwann kriegt man dann so den Koller und denkt, komm, jetzt gebe ich ihm eine auf die Kette. Er hat Munition dabei und ich kenne ihn gut. Wie das Härtestens bestraft wird. Das krass ist, dass die Höchstgeschwindigkeit wirklich gleich ist. Also ich kann jetzt wirklich nichts machen direkt. Da müsste man sich jetzt mit dem Teamkamerad absprechen, dass er versucht, ihm den Weg abzuschneiden. Außer Fabian macht was Dummes. Du mit Zombies, äh, das ist ja Wahnsinn, nochmal greifen die da ran und wollen mich beißen. Komm, komm, probier's. Klau, klau mir das X in meiner Tierstufe. Versuch's doch, komm, komm. Ich gewinne aber ein bisschen an Vorsprung, hab ich so das Gefühl. Da wären drei Minuten noch. Jawohl, er macht, er war ja klar. Das hab ich auch nicht gedacht. Einfach erstmal. Hätte ich ihn vorher noch einfach gleich gekriegt in der Kurve, ey. Hammer. Ja. Er ist jetzt in diesen Hofeingang reingefahren und ist jetzt bei H. Die E-N-N-2. Und fährt jetzt nach außen und dreht. Und fährt jetzt auf der einen Seite, die mir wird er wieder hoch. 1, blablabla. 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 Jetzt kommt der nach oben. Richtung F. Ich bin bei, bei, äh, G. Nein, da ist es bei 1E. 1H2. 1D. Zwei C Zwei B Drei B Das ist so assig Ja, aber ist ja gut so Vier C Noch fünf C Jetzt fünf D Das gibt's ja nicht Alter Aber für diese Momente kriegst du ein Lob von mir Der große Deutsche jagt den kleinen Deutschen Ist das nicht immer so? Ein halb Minuten noch, das gibt's doch nicht So viel zu scheißpanzern Ja, so viel zu scheißpanzern Den kannst du im Event benutzen Der ist gar nicht mal so schlecht Der ist verdammt wendig Sind die Zombies übermächtig Noch sind die Tanks übermächtig Also wenn man sich gut anstellt Kann man echt überleben Und wenn die Tanks zusammenspielen Dann holen die auch mal alle weg Er ist bei Ja, gleich kommt er zu G1 Und fährt wieder hoch Er fährt wieder stur hoch Er ist jetzt gleich bei Zwei B Oh nein, geh bitte nicht da rechts rein Geh bitte nicht da Oh fuck Oh fuck Oh fuck Nimm ihn! Nein! Du Hund! Du Hund! Noch eine halbe Minute! Perfekt gemacht, ey Ich hab's aber auch nicht richtig gesehen Weil da so ein Push im Weg war Das war Risiko Das war Risiko Das war Risiko Oh 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 Oh, das war echt Ja, also wie ihr seht schon Es macht eine Menge Spaß Und wenn wir da ein paar Leute wehren Vor allem wenn wir da noch zwei Zwei Tanks ist mit dem Absprechen dann auch deutlich besser Ganz klar Wenn's halt richtig wuselt auch Dann hast du auch einfach mal zufällig einen vor die Flinte Der dann irgendwie aus dem Hauseingang rausfährt Und du nimmst den Fall mit Also Oh, hat's geschafft! Wahnsinn! Ja, wie viele Punkte würde ich jetzt kriegen? Ich hab zwei zerstört, zwei Punkte Und Fabi hat überlebt Kriegt drei Punkte Ja Somit Okay So, genau Wärter verteilbar eigentlich Kann man sagen, ist okay Ja Dann habt ihr hoffentlich schon mal einen kleinen Eindruck bekommen Was euch in dem Event erwartet Also ich hab's jetzt auch zum ersten Mal Das erste Mal gespielt Muss schon sagen Hier in der kleinen Testrunde Hat es richtig Spaß gemacht Und ich glaub Das habt ihr auch gesehen Dass das richtig Spaß machen kann Deswegen wünschen wir Doch, dass viele mitmachen Und dass ihr auch diese Gaudi miterleben könnt Wie gesagt Tragt euch bitte ein in den Doodle Wann ihr könnt Wenn ihr alle Termine könnt Natürlich wäre perfekt Dann tragt euch einfach für alle ein Und wie gesagt In die Klammer Ein T Sofern ihr ein Tier Eine Tank ab Stufe 6 habt Was ein bisschen schneller Ein bisschen Power hat Und ja Das war's dann eigentlich Für dieses Video Und ja Dann sehen wir uns doch hoffentlich Rechtzeitig Beim schönen Termin Beim Event wieder Und dann verabschieden wir uns Bis dann Tschüss Macht's gut Tschüss Kapi bali Kapi bali Kapi bali Kapi bali 看看